Willkommen bei MathePunk. Restklassen Modulo M Alle Zahlen, die bei der Division durch eine natürliche Zahl M denselben Rest ergeben, bilden eine Restklasse Modulo M. Nehmen wir zum Beispiel M gleich 7. Restklasse 0 Modulo 7 enthält alle Zahlen, die ohne Rest durch 7 teilbar sind. Restklasse 1 Modulo 7 enthält Zahlen, die bei der Division durch 7 den Rest 1 ergeben. Restklasse 2 Modulo 7 enthält Zahlen, die bei der Division durch 7 den Rest 2 ergeben. Das geht dann so weiter. Von den Zahlenmengen her gesehen, gibt es 7 unterschiedliche Restklassen Modulo 7. Restklasse 7 Modulo 7 enthält die gleichen Elemente wie Restklasse 0 Modulo 7. Restklasse 8 Modulo 7 enthält die gleichen Elemente wie Restklasse 1 Modulo 7. Und so weiter. Die kleinste nicht negative Zahl in einer Restmenge ist ihr Repräsentant. Vorbildungsstück ist ihr Repräsentant. Ausweisung ist die Zahl von Trendklasse 2 Modulo 7. Gut. mehr Fall. Mehr Multi-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left. Vielen Dank.